Und dann sind wir in der Zeit um die Schreine hergegangen. Und jetzt haben wir den Schreiner gegründet. Wir hatten ein bisschen Warnung. Hey. Hallo. Für die Krieger sind die Schweine, die die es nicht verrauscht hat. Ja, der Kunde hat mich kurz auf die Brötchen herkommt. Und wir setzen uns mal auf die Kräuterritte. Ja. Wir haben da ein bisschen Warnung durch. Wir haben da der Schweine...